Moin Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen YouTube Video. Wir zeigen euch heute, was wir einen Tag im Stall so machen. Genau und wir haben es jetzt, lasst mich mal schauen, 9.46 Uhr und jetzt fängt unser Stalltag an. So, jetzt nehmen wir noch die letzten Pferde mit irgendeiner Wiese ganz hinten. Und Tilda nimmt die Batschi und Foli. Die beiden hier jetzt auch noch aufgemacht. Zwischenzustand, wir machen gerade Wikis Box. Also wir sind schon fast fertig. Und danach machen wir noch die Boxen von Tilda und von Helm. So sieht das jetzt inzwischen aus. Also wir haben nicht mehr so viel Arbeit. Und Tilda hilft natürlich mir auch. Und dann mache ich jetzt noch die Levels und Äpfel raus. Und dann sind wir fertig. So, das Einstand habe ich jetzt auch schon hier in der Karre. Und jetzt sind wir erstmal noch in der Box. So, jetzt ist die Boxen fertig. Und ich lasse mir so schön, wenn das jetzt so frisch gemacht ist. Und dann das Heut. So, jetzt machen wir Chloris Box. So, wir haben es jetzt schon 11 Uhr und sind immer noch an der Box. Tilda sucht gerade irgendwas raus. Und die Karre ist voll. Und jetzt müssen wir gleich nur noch einstreuen. So, wir haben jetzt die Box fertig. Jetzt machen wir hier noch eine Folie einstreuen. Und Chloris machen wir erst nach dem Mittagessen. Oh mein Gott, Tilda, man sieht dich gerade nicht. So, wir haben es mittlerweile schon 13 Uhr 47. Wir haben gerade oben noch eine Pause gemacht, um zu essen. Und jetzt holen wir Folie und Betty rein. Und tauschen die mit steht anderen Fairies aus. Also die Box von Folies ist auch komplett sauber. Jetzt müssen wir nur noch Toffees machen. So, wir haben jetzt die Fairies schon geholt. Und wir haben uns entschlossen Dressur zu reiten. Mit diesen Dressur-Gamaschen von Tilda. Oh mein Gott, die sehen so aus. Folie steht da, Vicky ist schon aufgesattelt. Ich bin ein bisschen schneller, ne? Genau. Leute, schaut euch das einfach mal an. Einfach, wir sind einfach zu Dressur-Reitern geworden. Und einfach Dressur-Sattel. Ein bisschen staubig, paar Jahre lang nicht mehr benutzt. Wenn ich Dressur reite, dann auch nur im Spring-Sattel, ne? Okay, Leute, das ist das fertige Outfit. Schaut euch das einfach mal an. Zuerst war so ein richtig geiles Outfit. Und, okay, Tilda macht noch Bandagen dran. Sie hat auch ein richtig geiles Outfit. So, wir sind jetzt in der Halle. Tilda steckt jetzt gleich auf. Und ich bin hier wieder am Stuhl. Oh, ich mach mal ein bisschen Reitsch auseinander. Und steck jetzt auf. Genau. Und dann reiten wir. Bisschen Dressur. Okay. Ja. Wollen wir uns doch da ranlegen. Jetzt habe ich Angst. Oh. 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 Das war's für heute. Er hat nicht mehr so Lust. So, wir haben gerade eine kurze Pause oben gemacht, um die Handys aufzuladen. Genau. Und jetzt... Ich muss doch da ranlegen. Jetzt habe ich Angst. Ich bin schon wieder zu Hause. Und ich hoffe, euch hat dieses YouTube-Video-Stall-Routine gefallen. Und schaut gerne beim nächsten Mal vorbei. Ciao.